Die Vorteile der schwarzen Maulbeere Die schwarze Maulbeere ist eine köstliche Frucht, die in der chinesischen Kräutermedizin schon seit tausenden von Jahren zur Behandlung verschiedener Krankheiten verwendet wird. Abgesehen davon, dass sie köstlich ist, ist die schwarze Maulbeere ein pharmazeutisches Lager, das wichtige Nährwerte hat und dich vor vielen Krankheiten schützen kann, wenn du sie zu deiner täglichen Ernährungsroutine hinzufügst. Lass uns die Vorteile der schwarzen Maulbeere für deine Gesundheit betrachten. 1. Senkt den Cholesterinspiegel Cholesterin ist ein wichtiger Fettstoff, der in jeder Zelle des menschlichen Körpers vorkommt. Ein hoher Cholesterinspiegel ist jedoch auch mit einem hohen Risiko für Herzkrankheiten verbunden. Die schwarze Maulbeere ist reich an Anthocyanin, einem Antioxidant, von dem bekannt ist, dass es sich positiv auf Herzkrankheiten auswirkt und die Bildung von LDL, auch bekannt als das schlechte Cholesterin, verhindert. Darüber hinaus enthält die schwarze Maulbeere Ballaststoffe in einer Menge, die 1,7% ihres Gewichts entspricht. Ballaststoffe sind förderlich für ein gesundes Verdauungssystem und niedrige Cholesterinwerte. 2. Schütz dich vor Krebs Erhöhter Stress im Körper ist dafür bekannt, dass er oxidative Schäden an Zellen verursacht, die mit einem Krebsrisiko verbunden sind. Studien haben gezeigt, dass die Antioxidantien im Maulbeersaft ein mögliches Krebsrisiko reduzieren, indem sie den oxidativen Stress verringern. Eine andere Studie, die veröffentlicht wurde, wies darauf hin, dass die antioxidativen Typen der schwarzen Maulbeere Mycetin und seine Verbindungen enthalten und diese antioxidativen Typen können schützende Wirkungen gegen einige Arten von Krebs haben. 3. Lässt die Haut gesund aussehen Du solltest bedenken, dass dunkelgefärbte Früchte im Vergleich zu hellgefärbten Früchten mehr Antioxidantien enthalten. Dank der reichhaltigen Antioxidantien, die in der Maulbeere enthalten sind, verhindern sie die Alterung deiner Zellen und die Bildung von freien Radikalen. Dies reduziert die Risiken der vorzeitigen Hautalterung, Faltenbildung und die Entstehung verschiedener Hautkrankheiten. Darüber hinaus ist Kollagen das wichtigste Element für die Erhaltung der Vitalität und Helligkeit der Haut. Maulbeere mit den in deiner Haut enthaltenen Vitaminen A und C, indem sie die Produktion von Kollagen erhöht, hilft dir eine gesunde Haut für eine lange Zeit zu haben. 4. Kontrolliert den Blutzucker Patienten mit Typ 2 Diabetes sind gefährdet, dass der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt und müssen beim Verzehr von Kohlenhydraten vorsichtig sein. Nur die im schwarzen Maulbeerblatt enthaltene Substanz DNJ verhindert durch die Hemmung eines Enzyms im Darm, dass sich Kohlenhydrate und Polysaccharide in Glucose umwandeln und Zucker in den Blutkreislauf gelangt. 5. Heilt Mundwunden und schützt die Zähne Sowohl die schwarze Maulbeere als auch die Blätter der schwarzen Maulbeere enthalten wertvolle Substanzen zum Schutz der Mund- und Zahngesundheit. Dank der äußerst nützlichen phenolischen Verbindungen, die in der Maulbeere enthalten sind, wird sie bei der Behandlung von Wunden im Mund, sogenannten Aphten, eingesetzt. Das Trinken des Tees, der durch Aufbrühen der Maulbeere oder ihrer Blätter mit etwas heißem Wasser gewonnen wird, beugt der Heilung von Zahnfleisch und Entzündung vor. Oder für den Notfall mit Mundproblemen kannst du immer eine gefrorene Bio-Maulbeere in deiner Gefriertruhe aufbewahren. 6. Reguliert die Funktionen des Gehirns und des Nervensystems In einer Studie, die im European Journal of Science and Technology veröffentlicht wurde, wurde hervorgehoben, dass die schwarze Maulbeere auch Fettsäuren enthält, die der menschliche Körper nicht synthetisieren kann, und dass diese Fettsäuren für das ordnungsgemäße Funktionieren der gesunden Zellbildung, der Gehirn- und Nervensystemfunktion notwendig sind. Obwohl diese Frucht, die zu 88% aus Wasser besteht, allergiefrei ist, kann sie bei Menschen mit Pollenempfindlichkeit ein Risiko für allergische Reaktionen bergen. Daher solltest du sie in Absprache mit deinem Arzt konsumieren. Behalte im Hinterkopf, dies ist der richtige Ort für Infos. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Videos zu liken. Deine